Hallo, hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch, obwohl ich ziemlich müde bin und ziemliche Rückenschmerzen habe, versuche ich ein paar Gedanken zusammenzufassen, die ich heute bei einem Coaching hatte. Warum sage ich Coaching und nicht Unterricht oder so? Ich bereite Leute auf Prüfungen vor. Ja, normalerweise, wenn jemand ein 1 zu 1 Coaching mit mir möchte, mache ich folgendes. Also ich mache eigentlich keinen Unterricht, wie man das so kennt, sondern ich schaue, wo sind die Lücken, was braucht jemand, was fehlt noch, um sich gut auf die Prüfung vorbereitet zu fühlen. Auf meinem Schoß sitzt Sherlock und möchte sich nicht zeigen heute, glaube ich. Es sei denn, ich mache das kurz so. Sagt mal Hallo zu Sherlock. Man sieht ihn fast nicht, wenn es so wenig Licht gibt wie abends. So, jetzt habt ihr ihn gesehen. Okay, jetzt ist er auch, glaube ich, glücklicher. Okay, also. Und heute ist mir eine ganz wichtige Sache eingefallen, nämlich folgendes. Was ist das Wichtigste in den letzten Wochen der Prüfungsvorbereitung? Und nehmen wir mal an, ihr seid meinen Ratschlägen gefolgt und habt euch genügend Zeit genommen zur Vorbereitung auf die Prüfung. Ihr erinnert vielleicht, erinnert euch vielleicht an dieses Video, wo ich gesagt hatte, für eine B2-Prüfung, wenn ihr vorher natürlich auch gelernt habt und vielleicht einen B2-Kurs besucht habt oder euch zu Hause vorbereitet habt, braucht man vier bis sechs Wochen. Wirklich intensive Prüfungsvorbereitung. Vier ist sehr optimistisch, sechs ist eher realistisch. Wenn man viel mehr als, ich sage mal, acht Wochen Prüfungsvorbereitung macht, kann es auch zu viel sein. Also es ist erstaunlich, aber man kann auch zu viel Prüfungsvorbereitung machen, weil man dann am Ende das Gefühl hat, dass man, je mehr man lernt, desto weniger versteht man, das gibt es auch, ist tatsächlich so ein Phänomen. So. Und was ich empfehle, in den ersten, in den letzten drei bis vier Wochen vor der Prüfung zu machen, ist, natürlich müsst ihr Grammatik wiederholen, natürlich müsst ihr Übungen machen, und natürlich müsst ihr Lese verstehen, Hörverstehen üben und so weiter. Dazu habe ich schon genügend erzählt in verschiedenen Videos, aber heute ist mir eine ganz, ganz wichtige Sache aufgefallen. Ich habe eine Schülerin, Kundin, ich sage mal lieber Kundin, die ich auf die B2-Take-Prüfung vorbereite. Und sie hat sehr viel gelernt. Sie ist in einem B2-Kurs und eigentlich müsste sie vorbereitet sein. Ich glaube, sie weiß auch sehr viel. Das Problem ist folgendes. Sie spricht immer wieder mit anderen Kursteilnehmern. Sie spricht mit Leuten, die schon die Prüfung gemacht haben. Sie spricht mit Leuten, die jemanden kennen, der diese Prüfung schon gemacht hat. Und was passiert dann? Das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Sache, wenn man ständig von jemandem hört, Oh, weißt du was, der, 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 ich weiß nicht, der Peter hat letzte Woche die Prüfung gemacht und sie war so schwer. Ach, und hast du gehört, die Katharina hat die Prüfung nicht bestanden. Und der Jamal hat die Prüfung auch nicht bestanden, obwohl er so fleißig war. Und das sind diese Horrorszenarien, die in jedem Bereich wirklich tödlich sind. Also es ist wirklich, es kann sehr viel fleißiges lernen und wirklich gründliche Prüfungsvorbereitung kann es kaputt machen, weil man einfach zu sehr auf andere hört und dann fängt man an, unsicher zu werden. Dann denkt man, okay, ich habe ja auch nicht so viel gelernt und meine Aussprache ist nicht so gut und ich mache so viele Fehler und so weiter. Und dann passiert Folgendes. Also unsere Psyche, unsere Gedanken sind so stark, dass wenn wir uns jeden Tag im Spiegel anschauen und wir sagen, hey, das kann ich locker schaffen, und es ist nur eine Prüfung. Ich bereite mich vor. Ich bin jetzt schon gut vorbereitet. Ich habe noch Zeit. Ich werde noch verschiedene Übungen machen und so weiter. Dann bin ich auf jeden Fall gut vorbereitet. Natürlich ist da auch eine gewisse Komponente dabei. Das ist Glück. Es kann sein, dass ein Thema drankommt, mit dem ich mich gar nicht auskenne. Aber die B2-Prüfung ist eine Prüfung, auf die man sich wirklich gut vorbereiten kann. Wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man sich mit dem Thema befasst und wenn man nicht alles dem Zufall überlässt, also diesem, ja, hm, ich schaue mal, vielleicht bestehe ich die Prüfung. Nein, man geht da rein mit der Einstellung, ich bin der King sozusagen und ich schaffe das und das ist alles kein Problem. Und wenn man das Gegenteil macht, wenn man die ganze Zeit selbst Analyse betreibt und sagt, ja, ich bin zu alt, ich bin zu Frau, ich bin zu weiß ich nicht was. Ich komme aus Asien und Asiaten haben das nicht so leicht mit Deutsch. Ich habe Englisch als Muttersprache, deswegen ist Deutsch für mich besonders schwierig. Ich habe Spanisch als Muttersprache, deswegen ist die deutsche Aussprache für mich schwierig. Ich habe Arabisch als Muttersprache, deswegen ist die Schrift, die Lateinische für mich sehr schwierig. Es gibt so viele Gründe, wie man sich Angst einjagen kann, wie man sich unsicher machen kann. Und es geht ganz, ganz einfach, glaubt mir. Deswegen, es ist egal, wie viel Grammatik ihr kennt. Es ist egal, wie viel Wortschatz ihr könnt. Hauptsache, ihr habt genug gelernt, aber am Ende, in den letzten Wochen, kommt es wirklich darauf an, dass ihr euch jeden Tag sagt, hey, ich bin gut, ich habe fleißig gelernt, ich habe viel gelernt, ich kann schon eine, zwei, drei, fünf, weiß ich nicht wie viele Sprachen, ich habe ein Studium abgeschlossen, ich habe das gemacht, jenes gemacht. Und dann geht man in diese Prüfung und schaffst sie, obwohl man vielleicht nicht genug Grammatikwissen hat oder nicht genug Wortschatzwissen oder so. Es ist die Einstellung. Ganz wichtig, wenn irgendwelche Leute zum Beispiel euch schlechte Laune machen, wenn sie euch runterziehen, wenn sie sagen, ja, das schaffen wir sowieso nicht, ich schaffe es nicht und du auch nicht und ja, stell dich schon auf den nächsten Kurs ein, wir werden den Kurs zusammen wiederholen, aber das wäre doch gut, dann sind wir nochmal, weiß nicht, zwölf Wochen im Kurs und so weiter. Das ist sehr, sehr kontraproduktiv. Bitte sorgt dafür, dass um euch herum Menschen positive Einstellung haben, dass sie euch unterstützen. Das ist eine psychologische Sache, die wirklich ganz, ganz viel ausmacht. Also, die Einstellung vor der Prüfung, egal vor welcher Prüfung, muss positiv sein. Ihr versucht einfach, das Beste draus zu machen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Es ist nur eine Prüfung. Man kann eine Prüfung wiederholen. Ihr werdet davon kein schlechter Mensch, wenn ihr sie nicht besteht oder wenn ihr sie mit dem fünften Mal besteht. Es ist wirklich kein Unterschied. Wichtig ist, wenn neben euch negative Menschen sind, dann macht ihr Folgendes. dass ihr nehmt euer Handy, wenn ihr jetzt in einem Kurs seid, ihr nehmt euer Handy, macht Musik in den Ohren und sagt, tut mir leid, ich muss mich gerade konzentrieren oder ich möchte mich gerade nicht unterhalten. Fertig. Negative Menschen sind überall und sie sind leider stärker in der Gesellschaft als positive Menschen. Deswegen müsst ihr euch oder müssen wir uns alle Mühe geben, damit es mehr positive Emotionen gibt um uns herum. Ja, sowas. Und was auf jeden Fall hilft, das ist vielleicht für alle, die vielleicht Morgenprüfung haben, ich weiß es nicht, ob jetzt, also morgen ist jetzt quasi schon wahrscheinlich heute, die am Samstag jetzt eine Prüfung haben, schaut euch im Spiegel an, lächelt ganz breit, so ganz, ganz happy, denkt an irgendwas ganz Positives, denkt an etwas, was ihr in eurem Leben super geschafft habt. Ihr habt irgendeine andere Prüfung gut bestanden oder ihr wart einfach in etwas richtig gut. Es kann ein Fußballspiel gewesen sein, es kann etwas anderes sein, aber ihr müsst einfach so denken, hey, das habe ich geschafft und die Prüfung hier in Deutsch, die schaffe ich auch. Okay? Das ist viel, viel wichtiger als Kilometer von Grammatikübungen oder Wortschatzübungen oder sonst was. Das sage ich als Lehrerin. Okay? Also wenn ich sage, Grammatik ist weniger wichtig als etwas, das will etwas heißen. Genau. Und ansonsten allen, die eine Prüfung vor sich haben, wünsche ich viel Glück. Ich drücke euch die Daumen und für alle, die viele meiner Videos angeschaut haben, überlegt mal, ihr habt so viel Vorbereitung gehabt mit mir und ihr habt auf jeden Fall meine besten Wünsche und viel Erfolg in eurer Zukunft. Das klappt schon. Also, positiv denken. Ich wünsche euch eine gute Nacht und ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.